Erstmal Radiologie, Neuroradiologie, das klingt auf den ersten Blick relativ spröde und langweilig. Ist es denn das? Nein, also wenn man nur denkt, der Radiologe ist Bilderarzt, dann könnte es sein. Aber wir sind nicht nur interessiert, hunderte oder tausende von Bildern zu verfolgen und die kleinsten Veränderungen zu detektieren, sondern auch wir sind am Patienten aktiv. Akute Verschlüsse der Gefäße, die eine Halbseitenlähmung oder Sprachstörung oder andere Veränderungen verursachen, können wir innerhalb von manchmal Minuten zu beseitigen und ist der Patient danach auch heil. Das macht uns sehr froh und es ist sehr spannend. Also Diagnostik und Behandlung, das macht die Arbeit, die Radiologie, die Neuradiologie auch. Sehr interessant. Ja. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gesundheitsforums Digital. Heute wollen wir sprechen über Radiologie und Neuroradiologie. Und ich begrüße dazu sehr herzlich Herrn Esmael, Chefarzt der Abteilung für Radiologie und Neuroradiologie im MVZ Sesen, des Astletius MVZ Niedersachsen. Und ja, Herr Esmael, was genau macht ein Radiologe, was macht ein Neuroradiologe? Vielen Dank erstmal mit der Einladung. Die Radiologie ist das Fachgebiet in der Medizin, das sich mit Diagnostik und Intervention, mit Hilfsmitteln der Strahlung, also Radiologie. Also ein Radiologe ist der Facharzt dafür, der Diagnostik, aber auch Intervention für verschiedene Krankheiten in der Medizin, also in allen anderen Fachgebieten. Der Neuroradiologe ist der Arzt, der Radiologe, der sich spezialisiert für Krankheiten oder Diagnostik und Intervention im Bereich der Krankheiten des zentralen Nervensystems, sprich Kopf- und Würdesäule oder Gehirn- und Hölkenmark. Ja, und Sie haben es schon angedeutet, welche Untersuchungsmethoden gibt es denn da ganz genau? Es gibt verschiedene, genau wie in der Radiologie hat der Neuroradiologe auch die gleichen Geräte, sprich Röntgengerät und CT als Haupt, Computertomographie und Magnetresonanztomographie oder kurz gesagt MRT. Ja, und dann noch Ultraschall. Ultraschall spielt auch eine Rolle, gerade im Bereich der Neuradiologie weniger. Das haben andere Fachdisziplinen übernommen, was Ultraschall angeht, im Bereich der Neuroradiologie. Und wenn Sie die drei einmal kurz für Laien verständlich erklären, CT, MRT, Ultraschall, wie können wir uns das vorstellen, was machen Sie da genau? Ja, bei Röntgen geht es hauptsächlich um Bilddarstellung von zum Beispiel der Wirbelsäule, die Beweglichkeit der Wirbelsäule, Funktionsaufnahmen oder so. Das sind die Hauptbereiche, wo das Röntgen verwendet wird. So sieht es aus, wenn der Patient auf dem Tisch liegt. Und dann wird, wie gesagt, von hinten nach vorne gestrahlt durch den Kopf und auch von links nach rechts durch den Kopf. Flacken die Tintoren und die Röntgenröhren einmal hierseitig und einmal hinten. Die anderen, also Schnittbilddiagnostik, CT, Computertomographen und Netresonanz-Tomografie, das sind die Schnittbildverfahren, die der Neuradiologe benutzt, um bessere Beurteilungen der verschiedenen Krankheiten zu erwerben. Denn Computertomographie ist nichts anderes, also einfacher gesagt, nicht anders als rotierende Röntgenröhre, also ein Röntgengerät, der um den Patienten herum rotiert, um verschiedenen Geschwindigkeiten. Und das MRT, das Prinzip ist völlig anders als bei Röntgen. Also in der Röhre, wo es laut ist, wird eine Radiofrequenzwelle an Patienten geschickt. Der Patient liegt erst einmal in einem starken Magnetfeld. Und ich will jetzt nicht in Details gehen, aber es geht jetzt hauptsächlich um die Strukturen, also die Abweichungen von den normalen Strukturen, die man in Korrelation mit dem klinischen Bild in Einklang bringt, um zu sagen, das ist abnormal oder nicht normal, oder halt auch normal, zum Beispiel Ausschlussdiagnostik. Das klingt zunächst erstmal, das klingt spannend, vielleicht wohl ein bisschen trocken, aber wenn man sich das ganz praktisch vorstellt. Sie haben hunderte, teilweise tausende von Bildern mit vielen unterschiedlichen Grautönen. Und wie ist das dann? Sie versuchen sozusagen dann kleinste Abweichungen zu erkennen, um krankhafte Veränderungen festzustellen. Klingt dann doch sehr spannend, das hat immer ein bisschen... Ja, also am Anfang der Ära der Radiologie, das waren nur Bilder wie alle anderen Bilder mit verschiedenen Grautönen. Das war auch sehr schwierig, die Diagnostik zu eruieren oder zu detektieren, wenn man das sehen kann oder nicht. Aber mit Entwicklung der Technik hat die Technik das Leben eines Radiologen also viel einfacher gemacht hat. Aber trotzdem, man braucht die Kenntnisse der Anatomie, der normalen und nicht normalen oder Abweichungen vom Norm auch kennen. Und das ist ja das Fach Radiologie. Um verschiedene Veränderungen in den kleineren Strukturen im Körper. Und wenn wir über jetzt Neuradiologie sprechen, das Hirngewebe hat auch manchmal nur kleine Abweichungen, die auch in den Grautönen auch zu unterscheiden sind. Und da liegt auch die Spezialität oder die Kunst, sage ich mal, um solche Veränderungen oder Abweichungen vom Norm auch zu entdecken. Steigen wir da noch ein bisschen tiefer ein. Sie sind ja Facharzt für Radiologie mit Schwerpunkt Neuroradiologie. Das heißt, Ihre Nachbardisziplinen sind Neurologie und Neurochirurgie. Welche Rolle haben denn Radiologen bei der Behandlung von Schlaganfällen beispielsweise in einer Klinik? Ja, die Schlaganfälle kann man unterscheiden. Also chemischer Schlaganfall oder einfacher gesagt Infarkt oder blütige oder hämorragische Schlaganfälle. Das heißt, da gibt es Hirnblutungen? Es gibt Hirnblutungen, also diese hämorragische Blutung, Hirnblutungen oder auch im Rückenmark gibt es auch Blutungen, die sind auch. Also geplatzte Gefäße praktisch aus dem Gehirnraum. Richtig. Würde ich Sie vorstellen. Okay, und was haben Sie da? Wir können das mal mit Infarkt, mit Hirninfarkt. Also einfacher gesagt, es ist ja nicht so gleich Schlaganfall, es ist nicht nur Infarkt. Aber ein Schlaganfall ist eine akute Veränderung des Nervensystems oder neurologische Veränderungen beim Patienten, akut aufgetreten, die schnell behandelt werden muss. Und wenn wir von dem akuten chemischen Schlaganfall sprechen, dann muss der Patient darauf achten, wenn er Schwäche im Körper, in einer Seite vom Körper, wenn er Schlafstörungen hat, wenn er Doppelbilder sieht, dass er seinen Arzt sofort oder Notdienst sofort verständigt hat. Ich möchte dazu kommen, was die Rolle der Neuroradiologie in diesem Fall ist. Der Patient wird ins Haus geliefert. Schon unterwegs bekommen wir als Neuroradiologen die Informationen über den Diensthabenden Neurologen, dass ein Patient mit Verdacht auf Schlaganfall ankommt. Wenn der Patient ankommt, dann machen wir als Neuroradiologen die Diagnostik. Der Patient kriegt seinen CT aus dem Computertomographen. Aber auch Darstellung der Gefäße, um festzustellen oder auszuschließen, dass der Patient einen Verschluss eines Gefäßes hat. Und in dem Fall, wenn wir feststellen, dass ein großer Ast oder ein großes Gefäß verschlossen ist, fängt erstmal der Neurologe, wenn der Patient im Zeitfenster der systemischen Löse kommt, dann wird er auch seine systemische Löse bekommen. Und dann kommt unsere Rolle. Über die Leiste gehen wir mit dünnen Schläuchen bis zum, also über die Leiste bis zum Gehirn. Was heißt nochmal systemische Löse bekommen, wenn Sie das nochmal erklären? Eine systemische Löse ist ein Medikament, das das Blutgrenzel, was die Ursache für die Okklusion oder den Verschluss des Gefäßes auflöst. Und dadurch ist der Schlaganfall vermieden. Versucht man das zumindest. Wenn, wie gesagt, der Patient im Zeitfenster der systemischen Löse, das sind 4,5 Stunden seit Beginn der Symptome. Unsere Rolle ist, meistens kommen die Patienten mit größerem Blutgrenzel, dass diese systemische Löse nicht wirkt. Dann müssen wir dieses Blutgrenzel mit Hilfe dieser Katheter rauszuholen. Oder mit auch Gefäßstütze, also Stents, können wir auch diesen Blutgrenzel rausholen. Also Sie können viel machen, Sie haben es angesprochen. Noch mal konkret, also im MVZ-Sesen, wenn jemand jetzt nach Sesen kommt, welche Möglichkeiten haben Sie im MVZ-Sesen und auch natürlich in der Anbindung an die Klinik? Wie können Sie den Patienten konkret helfen? Wie ich gerade eben gesagt habe, wir haben seit November letzten Jahres einen Bereitschaftsdienst 24-7. Also rund um die Uhr sind wir da für den Patienten, wenn ein Schlaganfall ankommt, also zu uns nach Sesen, wird der Patient, wenn er einen Verschluss eines großen Gefäßes, sofort behandelt, also Tag und Nacht. Und zwar, wie gesagt, der Blutgrenzel wird über die Leiste, also minimalinversiv nennt man das, rausgezogen, entweder aspiriert mit dem Katheter oder mit Hilfe eines Stentes wird auch diese Blutgrenzel rausgezogen aus dem Körper und dann meistens geht dem Patienten viel besser als davor. Manchmal merkt man sofort, dass es dem Patienten besser geht. Also, umfassende medizinische Geräte stehen zur Verfügung, Ärzte rund um die Uhr. Das heißt, Patienten sind in Sesen mit Schlaganfällen und ähnlichen Schwernerkrankungen, neurologischen Kranken gut aufgehoben? Würde ich von uns schon behaupten. Man ist nicht da, aber es ist schon so, dass wir für den Patienten die ganze Zeit da sind. Und wir haben eine sehr gute Kooperation mit den anderen Fachdisziplinen, Neurologie und Neurologie. Also, Radiologen, Neuro-Radiologen sind sehr, sehr wichtig, sozusagen, im Zusammenspiel mit anderen Kollegen. Und Sie haben es schon angedeutet, es ist eine spannende Materie. Und wir haben heute, glaube ich, eine Menge gelernt über Ihr Tätigkeitsbereich, über Ihr Arbeitsgebiet. Herzlichen Dank, Herr Smeil. Ja, gerne. Vielen Dank und gerne bis zur nächsten Ausgabe von Gesundheitsforum digital.